In folgendem Tutorial erfahren Sie, was ein Dokument und was eine Gruppe ist und wie Sie diese in der Artemis Suite anordnen können. Im aktuellen Beispiel wurden mithilfe eines Pool-Projects einige Analysen berechnet, die jeweils in einem Data Viewer bzw. Mark Analyzer geöffnet sind. Jeder Tab am oberen Rand des Dokumentenbereichs repräsentiert ein Dokument. Alle Dokumente bilden im Moment eine Gruppe. Klicken Sie auf einen der Tabs und das entsprechende Dokument erscheint. Sie können das jeweils nächste Dokument auch anzeigen lassen, indem Sie die Tastenkombinationen Steuerung und Bild hoch bzw. Steuerung und Bild runter verwenden. Klicken Sie mit der Maus auf einen Tab und lösen Sie so ein Dokument per Drag & Drop aus der Gruppe. Bewegen Sie die Maus mit gedrückter Taste an einen beliebigen Ort im Dokumentenbereich bis eine graue Umrandung erscheint. Bei Loslassen der Maustaste erscheint das Dokument innerhalb dieser Umrandung. Sie können weitere Dokumente in die neue Gruppe einbinden, indem Sie andere Dokumente per Drag & Drop auf die Tab-Leiste bewegen. Möchten Sie die drei Ergebnisse dieser Gruppe gleichzeitig sehen, können Sie dies nach der eben beschriebenen Methode durchführen. Bewegen Sie die Tabs per Drag & Drop in den gewünschten Bereich. Für eine einheitliche Größe der drei Dokumente gehen Sie auf Window und Advanced Document Handling. Klicken Sie auf Teil und die Größe der Dokumente wird angepasst. Eine weitere Möglichkeit zur Darstellung der Dokumente finden Sie ebenfalls unter Advanced Document Handling. Klicken Sie auf Split Vertical und alle Dokumente in einer Gruppe werden, wie gerade, in gleicher Größe nebeneinander dargestellt. Möchten Sie die Gruppierung wiederherstellen, gehen Sie auf Group. Verwenden Sie den Befehl erneut, um alle Dokumente wieder in einer Gruppe zusammenzufassen. Eine weitere schnelle Möglichkeit, Dokumente in neuen Gruppen darzustellen, erreichen Sie wieder über Window und Move oder per Tastenkurzbefehl, STRG, ALT und die Pfeiltasten. Markieren Sie zum Beispiel ein Dokument und drücken Sie STRG, ALT und die rechte Pfeiltaste und das markierte Dokument erscheint rechts neben der Dokumentengruppe und bildet eine neue Gruppe. Wiederholen Sie den Befehl mit der Pfeiltaste nach unten. Auf diese Weise können Sie Dokumente schnell in andere Gruppen verschieben, um zum Beispiel bestimmte Analyseergebnisse besser miteinander vergleichen zu können. Nun haben Sie einen Überblick bekommen, wie Sie die Darstellungsmöglichkeiten von Dokumenten und Gruppen der Atemi Suite nutzen können, um möglichst effizient und übersichtlich arbeiten zu können.